Basiscom plus ist ein bundesweites projekt arbeitsorientierte grundbildung im betrieb umsetzen das ist das ziel am wichtigsten ist dass wir so die menschen erreichen die nicht an weiterbildung teilnehmen grundbildung hat ganz unterschiedliche themen ganz unterschiedliche branchen eine große bandbreite wir müssen das unternehmen die beschäftigten und die arbeitsplätze gut kennenlernen der erste schritt zur entwicklung einer weiterbildung im unternehmen ist der betriebscheck hier finden wir zusammen mit allen betrieblichen akteuren heraus wo es grundbildungsbedarf gibt und wo genau die unterstützung wichtig ist der betriebscheck ist also der türöffner für die nächsten schritte und die weitere prozessbegleitung im betrieb wir führen vertrauensvolle einzelgespräche mit den beschäftigten um die es geht wir nennen das basis kompetenz check diese einzelgespräche bilden die basis für weitere maßnahmen die daraus entstehen können eine maßnahme kann ein einzelcoaching sein dass die kommunikativen fähigkeiten des beschäftigten trainiert begleitend stärken wir die lernmotivation der teilnehmenden und helfen hiermit das lernen und den job zu vereinbaren uns bei basis com plus ist das frühzeitige bilden einer steuerungsgruppe besonders wichtig in solch einer steuerungsgruppe müssen wichtige fragen geklärt werden wer macht was bis wann und wie können wir die weiterbildung in die personalentwicklung verankern steuerungsgruppe setzt sich bei großen unternehmen aus uns der geschäftsführung der betriebsrat und zu den beschäftigten zusammen weiterbildung bedeutet für uns das angebot passgenau auf das unternehmen und die beschäftigten zuzuschneiden vor ort machen wir uns ein bild von dem arbeitsalltag und der arbeitssituation auf dieser grundlage entwickeln wir die weiterbildung persönlicher umgang mit gästen ist schließlich nicht dasselbe wie der e mail verkehr in der logistik grundbildung ist erfolgreich wenn die einzelnen beschäftigten und das unternehmen zufrieden sind